Reolink Argus 4 Pro ist eine hochmoderne Überwachungskamera, die sich perfekt für den Einsatz im Innen- und Außenbereich eignet. Mit einer beeindruckenden 4K-Auflösung bietet sie kristallklare Bildqualität, um jedes Detail präzise zu erfassen. Die Kamera ist mit einem flexiblen Akku ausgestattet, der eine kabellose Nutzung ermöglicht und kann problemlos überall installiert werden, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein. Sie verfügt über eine Zwei-Wege-Audio-Funktion, mit der Nutzer über die Kamera mit anderen sprechen können. Zudem bietet sie eine Bewegungserkennung und sendet Benachrichtigungen auf ihr Smartphone. Die Reolink Argus 4 Pro ist ideal für den Schutz von zu Hause oder Geschäft und sorgt für Sicherheit rund um die Uhr. Der M10 Robotic Mower ist ein innovativer Rasenmäher, der das Rasenmähen revolutioniert. Mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet, mäht er ihren Rasen effizient und präzise, ohne dass sie eingreifen müssen. Der Roboter ist selbstfahrend und passt sich dem Gelände an, sodass er problemlos auch steile Hänge und enge Stellen erreicht. Dank seiner intelligenten Navigationstechnologie erkennt der M10 Hindernisse und umgeht diese geschickt. Mit einer benutzerfreundlichen App können Sie den Meer steuern und anpassen. Der M10 Robotic Mower spart Ihnen Zeit und Mühe und sorgt dafür, dass Ihr Rasen immer perfekt gepflegt ist. Ganz ohne manuelle Arbeit. Ein unverzichtbares Gerät für jeden Gartenbesitzer. Der VitaLink 3 in 1 Wireless Charger ist die perfekte Lösung für alle, die mehrere Geräte gleichzeitig aufladen möchten. Mit seiner drahtlosen Ladefunktion können Sie Ihr Smartphone, Ihre Smartwatch und Ihre kabellosen Kopfhörer bequem und effizient aufladen. Alles auf einer einzigen Ladefläche. Der Charger unterstützt eine schnelle Ladegeschwindigkeit und sorgt dafür, dass Ihre Geräte sicher und schnell wieder einsatzbereit sind. Durch das schlanke, moderne Design passt der VitaLink perfekt auf jedes Nachttischchen oder Büro. Darüber hinaus ist er mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um Überhitzung oder Überladung zu verhindern. Ein Muss für jeden, der Wert auf Ordnung und Effizienz legt. Die Geta X Hands-Free AI Glasses sind eine revolutionäre Innovation im Bereich tragbarer Technologie. Mit diesen smarten Brillen haben Sie die Möglichkeit, Ihre täglichen Aufgaben effizienter zu gestalten, ohne Ihr Smartphone in die Hand nehmen zu müssen. Ausgestattet mit fortschrittlicher künstlicher Intelligenz ermöglichen die Brillen eine nahtlose Integration von Funktionen wie Navigation, Benachrichtigungen und sogar Videoaufnahmen. Alles durch einfache Sprachsteuerung oder Gesten. Perfekt für Menschen, die unterwegs sind und trotzdem produktiv bleiben wollen. Das elegante Design und die leichte Bauweise sorgen dafür, dass die Brillen den ganzen Tag über bequem getragen werden können. Sie sind der ideale Begleiter für technikbegeisterte Nutzer. Die Sunny Niagara Solar Shower ist eine umweltfreundliche und praktische Lösung für Outdoor-Aktivitäten wie Camping oder Wanderungen. Diese tragbare Solardusche nutzt die Kraft der Sonne, um warmes Wasser zu erzeugen, ohne auf Strom oder Batterien angewiesen zu sein. Mit ihrem robusten Design und der einfachen Handhabung ist sie ideal für den Einsatz in der Natur. Die Dusche bietet ausreichend Wasser für eine erfrischende Reinigung nach einem langen Tag im Freien. Sie ist leicht zu transportieren und kann einfach an einem Baum oder einer Stange aufgehängt werden. Mit der Sunny Niagara Solar Shower genießen sie jederzeit eine komfortable Dusche, während sie gleichzeitig umweltbewusst handeln. Die Infinite Machine P 1 ist ein technisches Meisterwerk, das das Konzept der unendlichen Bewegung neu definiert. Diese außergewöhnliche mechanische Vorrichtung nutzt innovative Technologien, um scheinbar unendliche Bewegungszyklen zu erzeugen. Mit ihrem eleganten Design und der präzisen Konstruktion fasziniert die Infinite Machine P 1 Technikbegeisterte und Ingenieure gleichermaßen. Sie ist ein faszinierendes Beispiel für die Grenzen der Mechanik und eröffnet neue Perspektiven für die Welt der Maschinen. Egal ob sie ein Technikliebhaber oder ein Erfinder sind, die Infinite Machine P 1 ist ein absolutes Muss, um die Zukunft der mechanischen Bewegung zu erleben und zu verstehen. Die Viral Lite Cable Cam ist ein innovatives Kamerasystem, das es ermöglicht, professionelle Videoaufnahmen aus der Luft zu erstellen. Ganz ohne Drohne. Mit diesem tragbaren Kabelkamerasystem können Sie Ihre Kamera oder Ihr Smartphone an einem Seil befestigen und beeindruckende, stabile Aufnahmen aus einzigartigen Perspektiven machen. Ideal für Actionsportaufnahmen, Landschaftsaufnahmen oder kreative Filmprojekte, bietet die Viral Lite einfache Handhabung und Flexibilität. Sie ist leicht, kompakt und lässt sich einfach transportieren, sodass Sie sie überall hin mitnehmen können. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, Ihre Videografie auf das nächste Level zu heben, ist die Viral Lite Cable Cam eine hervorragende Wahl. Der Revonia Smart Lift ist eine hochmoderne Lösung für das mühelose Anheben von schweren Objekten. Dieses intelligente Hebesystem ist speziell für den Einsatz in Lagerhäusern und auf Baustellen entwickelt worden, um die Effizienz zu steigern und die körperliche Belastung der Arbeiter zu minimieren. Der Smart Lift nutzt innovative Technologie, um schwere Lasten mit Leichtigkeit zu bewegen und sorgt so für mehr Sicherheit und Produktivität. Mit seiner benutzerfreundlichen Steuerung und robusten Bauweise ist der Revonia Smart Lift ein unverzichtbares Werkzeug für jede professionelle Umgebung, in der häufig schwere Objekte bewegt werden müssen. Ideal für Unternehmen, die nach einer sicheren und effizienten Lösung suchen. Der KT2 Kung Fu Turtle ist ein selbstbalancierender, multifunktionaler Roboter, der sowohl als Lern- als auch als Unterhaltungsbegleiter dient. Mit seiner fortschrittlichen Technologie kann dieser Roboter nicht nur mühelos das Gleichgewicht halten, sondern auch verschiedene Bewegungen ausführen, die ihn zu einem unterhaltsamen Gadget für alle Altersgruppen machen. Der KT2 Kung Fu Turtle bietet eine ideale Kombination aus Spaß und Lernen, da er Benutzer in die Welt der Robotik einführt und gleichzeitig interaktive Funktionen bietet. Perfekt für Technikbegeisterte und Anfänger, die ihre Fähigkeiten im Bereich der Robotik verbessern möchten. Dieser Roboter ist sowohl für Kinder als auch für Erwachsene geeignet und sorgt für stundenlangen Spaß. Neid Ease ist dein perfekter Smart-Bet-Partner für ein besseres Leben. Dieses innovative Gerät kombiniert mehrere Funktionen in einem, um dir eine erholsame Nachtruhe zu bieten und deinen Alltag zu verbessern. Mit Funktionen wie Nachtlicht, kabellosem Laden, Lautsprecher und einer sanften Weckerfunktion hilft Neid Ease dir, jeden Morgen erfrischt aufzuwachen. Es bietet eine benutzerfreundliche Steuerung über eine App und passt sich deinen Bedürfnissen an. Neid Ease sorgt für eine komfortable und stressfreie Umgebung, sowohl tagsüber als auch nachts. Es ist die ideale Lösung für alle, die den Komfort und die Technologie in ihrem Schlafzimmer integrieren möchten, um ein besseres und einfacheres Leben zu führen. Scout Light Blink-O ist die ultimative tragbare Sicherheitsleuchte für Outdoor-Abenteuer. Mit seinem kompakten und leichten Design bietet Blink-O eine ausgezeichnete Sichtbarkeit, um dich bei Nacht oder in dunklen Umgebungen sicher zu machen. Die Leuchte kann an deiner Kleidung, deinem Rucksack oder sogar an deinem Fahrrad befestigt werden, um deine Präsenz sichtbar zu machen. Sie verfügt über verschiedene Leuchtmodi, die sich leicht anpassen lassen, je nach Bedarf und Umgebung. Scout Light Blink-O ist besonders für Outdoor-Enthusiasten geeignet, die viel in der Natur unterwegs sind und ihre Sicherheit erhöhen möchten. Sie ist wasserfest, langlebig und sorgt für zusätzliche Sicherheit bei Aktivitäten wie Wandern, Laufen oder Radfahren in der Dunkelheit. Das sind Sie treigstehen.